Ja die gehen die mal B ein. Na komm. Na komm. Ah jawoll. So läuft das. So mögen wir das. Kommt da noch einer? Komm auch mal schnell. Aufklärung raus hier. Da komm. Ah lol ist der Blick. Ja moin meine lieben Freunde. Hier ist der Commander Keule mit einem neuen World War 2 Video. Und zwar Standard Herrschaft. Road to V2? Wir werden schauen ob wir das erreichen können. Ich mache mir hier mal eine klasse Luftlandedivision mit der PP SCH Kinderspiel. Ich finde den Scope von der Waffe dermaßen geil. Die Waffe an sich sowieso. Wir machen uns noch einen Griff drauf. Verbesserten 3 für die Reichweite. Und Magazinerweiterung als Perk nehmen wir bereit mit. Sekundärwaffe. Ja nimm mal die Reihenfeuerpistole denke ich mal mit. Mit. Was habe ich denn da? Ich glaube eh nur schnell ziehen. Mehr habe ich da noch nicht. Punkte Serien. Aufklärungsdrohne, Konterdrohne und Vorräte. Wobei ich die Vorräte dann wahrscheinlich ingame sowieso einfach nur an die Teammates verteilen werde. Weil für die V2 wissen wir ja nur Waffenkills. So. Schauen wir mal wo das ganze hingehen wird. Und eine V2 wäre natürlich dermaßen geil. Ah wir werden sehen. Ja ingame werden wir auf jeden Fall. Ja ich werde nicht so viel erzählen. Weil bisschen Concentration dies das und so. Wisst ihr bescheid. Ja geil. Saint Marie de Mont. Auf der Map definitiv machbar. Team. Bases. Boah sieht ganz gut aus. Jetzt gehen sie alle raus. Egal. Starten wir. Keine Ahnung was werden wir hier spielen. Auf jeden Fall keine volle Lobby. Ist schade. Fingern sind schon mal warm. Das ist schon mal gut. Schauen wir mal. Pro-aggressiv ranzugehen. Bin ich ja eh nicht so der. Ich guck mir ja erstmal das ganze an was hier so geht. Und dann schauen wir mal wie die Teammates auch drauf sind. Weil die sind ja auch ganz entscheidend. Dieser Scope ne. Ich liebe den. Diese Waffe ist so dermaßen. Guck dir das an. Zucker. So. Hören wir ja mal auf an dieser Stelle. Let's go würde ich sagen. Erobert Cesar. Cesar gehört uns. Schalldämpfer drauf. Weiterfeier. Der Feind hat Angst. Alles klar. Ich hab gar keine Granate mit. Fail. So. Die ersten kommen eigentlich hier immer um die Ecke. Ja. Soviel dazu. Fail Nummer 2. Muss ich meinen Counter irgendwann einstellen. Ja. Der Teammate nimmt schon A ein. Läuft bei dir. Digga. Anton gehört uns. Der Feind war bei B. Wir nehmen B ein. Jetzt nehmen wir auch noch B ein. Sowas liebe ich ja in hart... Verpiss dich. Sowas liebe ich ja dermaßen. Immer dieser Random Spawn dann. Aber wir können nicht viele Feinde haben. Die nehmen einfach nichts ein. Und du siehst auch keine. Ja. Drei Gegner. Alles klar. Wissen wir Bescheid. So. Ich fang dann trotzdem... Ein bisschen Concentration jetzt. Da ist der Erste. Jawoll. Moin. So. Das wäre wünschenswert für V2. Moin. Das hier noch ein paar reinstecken. Komm. Ja Moin. Zack. So läuft das. So gefällt mir das. So muss es weiterlaufen für eine V2. Lass mal nachladen. Knapp Digga. Erhol dich. Also das ist hier jetzt kein Gammeln oder so. Das ist wirklich nur erholen. Und ich höre jetzt welche. Teammate. Danke. Das ist immer so fail. Du kannst auch die Schritte von den Teammates nicht auseinanderhalten von Feinden. Ne. Das war jetzt er zum Beispiel. Ich dachte da kommt einer. Ja. Ja. Jawohl. Drohnen am Start. Feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft. Pionageabwehr in der Luft. Passt ja. Ja. Richtig gekillt. Ja. Boah Digga. Oh. Man gut dass der mit seiner Sniper nicht umgehen kann. Feindkontakt bei Bertha. Feindliche Bombe im Anflug. In Deckung. Ja Moin. Ganz schnell weg. Ja Moin. Ganz schnell weg. Und den hat er auch versucht hier rein zu jagen. Mongo. Das ist ein Typ. Feindkontakt bei Bertha. Aufklärungsflug abgeschlossen. So jetzt mal ein bisschen Concentrations hier. Wir verlieren Ziel Bertha. Noch eine PPSH gefunden. Geil. Auch direkt Schalldämpfer drauf. Jetzt haben wir erstmal wieder Muni. Wir erobern Anton. Ja Moin. Ja komm. Jawoll. Zehn. In der Streak. So. Jetzt weiß ich nicht wo sie spawnen. Aber ich glaub die kommen hier gleich. Ja da ist er. Ah Digga. Ja Moin. Ah Digga. Und Candy. So nächste Waffe am Start. Feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft. Das ist jetzt Fail. Ich hab nichts für nen Abfangjäger. Oh Digga. Kommt doch einer. Ja Moin. Mann. Gut. Dass sie auch manchmal nicht so viel drauf haben. Auch nen Abfangjäger ey. Scheiße. Cäsar wird eingenommen. Kegelangriff. Ich brauche mehr Munition. Die Aufklärung sucht nach Zielen. Munition. Riegel Cäsar ab. Feindkontakt bei Bertha. Digga da ist doch einer. Leute seht ihr den nicht? Boah. Boah. Digga. Komm schon. Dreizehmer Streak. Ah. Das riskieren wir jetzt aber glaube ich nicht. Na komm ist eh gleich Halbzeit. Na komm wir verpissen uns hier. Der ein oder andere Kind hätte noch mehr sein können jetzt, zur Halbzeit. Machen wir mal ganz kurz Pause. 13. Streak. Ich bin auf High-Warn-Runde, Junge. Das war mein Kollege, der gerade hier in die Party gekommen ist. Concentrations, please. Ja, Vorräte könnt ihr haben. Von wo kommen sie? Digga, nehmt du schon mal B ein? Genau. Komm. Ja, Moin. Ja, Digi. So, kommen da noch welche? Erstmal ne Aufklärungsdrohne gleich raushauen hier. Ja, Moin. Er ist blind. Läuft bei ihm. 15er Streak. Komm schon. Aufklärungsflug abgeschlossen. Wir halten alle Ziele. Halte die Linie. Alles klar. Weg, 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 weg. Kein Risiko jetzt. Okay, teammate hat ihn. Aufklärungsflug abgeschlossen. Aufklärungsflug abgeschlossen. Feindkontakt bei Anton. Die Aufklärung sucht nach Zielen. Anton wurde überrannt. Brauchen Verstärkung. Vorräte abgeworfen. Schützt die Abwurfzone. Wir erobern Anton. Der Feind erobert Bertha. Komm schon weiter. Na, der ist doch oben. Ja, Moin. Er checkt einfach gar nichts. Aufklärung in der Luft. Fritz X Bombenmission ist gestartet. Der Feind nimmt B1. Fritz X Bombenmission ist gestartet. Der Feind erobert Bertha. Vorräte sind in der Luft. Den Zielbereich schützen. Der Feind nimmt B1. Spionageabwehrflieger bereit für den Flug. Der Feind erobert Bertha. Wir verlieren Ziel Bertha. Fritz X Bombenmission ist gestartet. Vorräte ist bereit zum Abwurf. Wo sollen sie hinfliegen im Anflug? Wirf Brand vom B1. Oh, du Homo. Bei 21.0. Vorräte abgeworfen. Schützt die Abwurfzone. Spionageabwehr in der Luft. Angriff auf meintlichen Krieger. Die Aufklärung sucht nach Ziel. Wir halten alle Ziele. Halte die Linien. Aufklärung ist Krieger in ihrem Gebiet. Wir verlieren Ziel Bertha. Meine Fresse. Scheißegal. Da bist du mal so konzentriert, Alter. Und so straight on the way. Und dann bei 21.0. Kommt natürlich alle von denen zu B, Alter. Ja, das ist... Aufklärung in der Luft. Das ist natürlich total Fail, sowas dann, ja. Egal. V2? Fragezeichen? Könnte der Titel von diesem Spiel sein. Ich habe auf jeden Fall meine neue Lieblingswaffe für Standard. Wir halten Cäsar. Ja. Also ich spiele ja gerade Standard. Das ist ja wieder dieses... Dieser Fail daran. Weißt du, du spielst eine Runde Standard. Und... Es kommt fast die nächste V2, ey. Wir verlieren Cäsar. Die Visionsartillerie feuert. Zielposition eingeregt. Regenangriff. Ja, 21.0 ist schon nicht hart. Und die Reaktmaschine greift an. Stürzt weiter vor. Zu sterben, das ist schon... Exzellente Arbeit. Ihr könnt stolz sein auf das, was wir heute geleistet haben. Und das einfach nur, weil du dann gierig wirst. Weißt du, du denkst so, ey, pass auf, da ist doch einer, Alter. Gar kein Problem. Den holst du dir. Und dann kommst du noch um die Ecke und da stehen drei, Alter. Du bist dann schon angehittet, denkst du, okay, leg dich kurz hin, nachladen. Und dann kommt der nächste um die Ecke. Und dann bist du ja gefundenes Fressen, ja. Also für eine V2, auch im Standard, muss ich ehrlich sagen, du brauchst dann... Erstens brauchst du erstmal das Team, ne. Natürlich das Gegnerteam und auch die eigenen Teammates. Die einigermaßen den Rücken frei halten dann. Wenn du da auf einer Pirsch irgendwo langläufst. Auf der anderen Seite musst du natürlich das Glück haben im Spiel, dass nicht mehr als... Ja, drei sind eigentlich auch machbar, aber nicht alle drei gleichzeitig um die Ecke. Da müssen schon zwei in eine andere Richtung gucken, dass du wenigstens zwei wegholst und dann eins gegen eins in den Infight gegen den dritten noch gehen kannst. Aber wenn alle drei straight auf dich zulaufen, was willst du denn da machen? Ja. Ja.